Jo Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Tetris, mal wieder, äh, A. Starten wir auch gleich mal rein mit übelsten Fails hier, so wie man das ja gewohnt ist. Das war richtig Fail. Allseits bekannt hier, ein paar reinfailen und so. Ma. Ja, hallo, bleibt ihr sie noch alle? Hier, tausend Sachen schicken, ich glaube, es hackt. Boah, nein, ach, verdammt. Das krieg ich jetzt alles zurück, ey. Jawohl, der erste ist raus und das krieg ich wahrscheinlich richtig ab. Weil ich mich hier erstmal wieder instant alles verbaue. Alles, was mir ansatzweise helfen könnte. Boah, naja, das schaff ich wohl nicht mehr. Ach, verdammt. Jetzt hab ich mir ja alles verbaut. Hm. Einmal noch Pluspunkte gekriegt. Na, wenn wir gut sind, schaffen wir das sogar, die Parts mal, Level abzukommen. Und weiter geht's. Jetzt fail nochmal ein bisschen mehr. Komm. Bisschen geil reinfienden, hast du gesagt. Oder hab ich gehört. Das kriegen wir ja problemlos hin. Richtig hart ab. Oh, Alter. Bisschen failen können wir gut. Boah, lol, das hab ich ja gar nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte nur einen frei. Hat er erstmal dick einen von mir reingewirkt gekriegt. Ah, nee, das wär's fail. Da hin. Jawoll. So muss das. Das schaffen wir ja noch diese Runde mal Level ab. Ja, sei doch mal leise da draußen. Dann kann ich mir nochmal Schluck zu trinken nehmen hier. Oh, das war irgendwie nicht so klug. Genau deswegen. Ah, jetzt weiß ich nicht, wohin damit. Ah, das ist doch schwul. Ah. Wollt ihr mich eigentlich auf den Arm nehmen? Hallo? Was soll ich mit so einem Müll? Geh nichts mit anfangen. Ja gut, ein bisschen was schon. Ah, nicht so sonderlich viel. Aber super. Äh, so. Also, geht halt wenigstens mal wieder ein bisschen voran hier. Äh, ja. Geht ja gerade. Ah, nicht anders. Gut, das hätte man vorher sehen können. Das war unklug. Ah, der snackt mich trotzdem noch, Alter. Das gibt das doch nicht. Ah. Scheiße, jetzt bin ich nur dritter. Aber ist das ja lärgerlich. Das gibt Minuspunkte. Minuspunkte. Na gut, minus 37 kann man noch verkraften. Oh, er ist auch bald level up. Da hat er eine ganz oberste. Ja, im Moment ist er nur zweiter hier im Gesamtwerdung. Das wird er wohl auch erstmal bleiben, weil ich Ewigkeiten, wie gesagt, nicht mehr gezockt habe. Und einfach erstmal wieder reinkommen muss. Na gut, hab ich gar nicht gesagt, dass ich Ewigkeiten nicht mehr gezockt habe. Aber ich hab Ewigkeiten nicht mehr gezockt, jetzt hab ich's gesagt. Äh. Das muss eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr. Ah. Das gibt das echt nicht. Ihr wollt mich natzen. Alter, ey. Das gibt das nicht. Ihr wollt mich echt natzen. Oh, Spaß. Nein, ah. Das war unklug. Das war richtig herbe unklug gerade. Boah. Das krieg ich wohl nicht mehr ausgebadet. Ne. Das war klar, dass ich das nicht mehr hinkriege. Boah. War das ärgerlich. Boah, ist das ärgerlich. Ich hab auch noch einen Ventilator hier im Zimmer, weil das übelst warm ist gerade. Ich hoffe, den hört man nicht so sehr. Aber ich denke eigentlich mal nicht, weil er die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund düdelt und floppt und ploppt und keine Ahnung. Oha. Minus neun. Oha, verkraftbar. Drei Lines nur gesendet, ey. Alter. Oha. Da muss ich mich jetzt aber ein bisschen reinhängen. Oha. Maus wäre die ganze Zeit im Bild. Ah, das war ich so klug nach vorne überlegt. Fast zumindest war ich so klug. Ja, da haben wir das Fass denn doch. Hallo. Vergiss es. Brauche ich nicht. Brauche ich noch viel weniger. Nein. Ah, das war Fail. So ein Dreck. Jetzt muss ich extra nochmal lang abwarten. Nein, Mann. Das gibt das doch echt nicht. Oha, hammergeil. Och, Mano. Wollte ich mich eigentlich vernarschen, Alter. Vernarschen. So scheint mir das zumindest. Ach, Mann. Ich verbaue mich hier die ganze Zeit. Das ist doch scheiße. Ja, du wurdest chaot. Bah, das kann ich nicht wahr sein. Ich habe dort echt nicht mehr drauf. Dort gibt das nicht. Sindshaar Series 3. Und ich verbaue mich, Bis zum nächsten Mal.